Dann sehen Sie, ich muss mich jetzt auch ganz ehrlich sagen, also ich übe natürlich, ja, weil ich viel, ich meine, jetzt ist Musikdienstleer und dafür musste ich mich auch üben und ja, wir versuchen jetzt so ein paar Sachen, aber das kann ich nicht, weil ich bin ja kein Kleiner eigentlich, sondern eigentlich eher wenig, und von daher ist das schon kompliziert, aber kannst du es? Nein, nein, ich kann es nicht. Sie kann das wirklich, sie kann das jetzt, vom Mama? Nein, du hast das jetzt getrennt. 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 Ich kann das nicht. Du hast gestern, das ist alles nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Nein, das macht es wohl noch. Ja nicht, du kannst du nicht. Guck mal, wie es bei mir aussieht. Wie war's? Sie wollte ich nicht. Ein bisschen mehr auf das Logo? Dann müssen Sie rein. Oh, kann ich hier nicht? Ich mach auch meine Tasche. Warum? Das ist doch auch unser Bildkennig. Wie fühlst du dich jetzt, wenn die ganzen Fans hier sind, hast du sowas schon mal so cool auf einmal bei Medium Geek gesucht? Ja, es ist halt so, ich hatte natürlich schon mehrere Mean & Greets, aber natürlich immer nur mit ein, zwei oder allerhöchstens drei Personen, die hatten schon 15. Aber das Thema Schlimmes ist natürlich was anderes für mich, was Neues, aber es ist auch eine coole Erfahrung, dass alle hier sind und ja, freut mich natürlich. Die drei Mädchen haben dir jetzt gerade auch noch schnell gemacht, ich sag mal auch, also kriegst du auch die Fans schon mit? Ja, jetzt gerade vor allem, jetzt habe ich ja bald Geburtstag.